Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zu Halloween oder zu einer Gruselparty zeigen, wie einfach man eine Fledermaus häkeln kann, die man dann auch ganz einfach mit Draht ein bisschen verstärkt und super aufhängen kann und die Flügel biegen, aber das kommt zum Schluss. Zuerst brauchen wir mal schwarze Wolle. Ich habe hier eine schwarze Wolle mit ein bisschen Silber im Lorex drin und zwar ist das ein 100 Gramm Knäuel und hat die Lauflänge 120 Meter. Das bezeichnet dann auch die Dicke, dann kann man nichts verkehrt machen. Dazu habe ich noch ein Brandlgarn, was wir benötigen um die Fledermaus noch ein bisschen zu umhäkeln, dass das ein bisschen echter noch aussieht. Und die Häkelnadel sollte zwischen 4 und 5 liegen. Was ihr zuhause habt, eine 4er, eine 4,5er oder eine 5er, das ist okay. So, wir fangen an und häkeln zuerst einen Kreis. Wer schon öfters bei mir reingeguckt hat, das ist auch in der Häkelschule noch mal ganz einfach erklärt, oder bei den Windlichtern. Zuerst machen wir vier Luftmaschen und schließen die zu einem Ring. Dann machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei und häkeln in diesen Ring, weil wir vier Luftmaschen haben, die doppelte Menge an festen Maschen. Also acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Schön rein quetschen. Das funktioniert. So, an die ersten beiden Luftmaschen ziehen wir nur die Öse durch und durch die hintere Öse, dann haben wir die erste Reihe geschafft. Zum Anfang immer zwei Luftmaschen. Eins, zwei und jetzt muss man in jede feste Masche zum zunehmen zwei feste Maschen machen. Immer zwei. In einem Kreis wird ganz, ganz regelmäßig zugenommen. Also, wir häkeln in der ersten Reihe in jede feste Masche zwei. Im zweiten Kreis hier herum müssen wir eine häkeln und in die nächste zwei Maschen. Dann wieder nur einen, eine feste und zwei. In der darauf folgenden Reihe sind es dann einmal eine, nochmal eine und dann zwei. Und immer wiederholen. Eins, eins, zwei. Eins, eins, zwei. Darauf in der Reihe sind es dann eins, eins, eins und dann zwei. Eins, 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 zwei. Und darauf in der Reihe, man kann sich denken, ist es dann vier mal eine. Also eins, 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 eins und dann zwei. Und wenn wir das, und dann schließen wir die Reihe wieder mit einer Schlaufe. Wir gehen durch die ersten zwei Luftmaschen, ziehen die Schlaufe heraus und schließen sie so. Und das machen wir jetzt erst einmal. Also, wir häkeln bis wir sind bei vier mal eine und dann zwei feste in die vorangegangene feste Masche. Und dann ist unser Kreis so groß, dass wir mit den Ohren weitermachen können. Also, ich zeige nochmal ganz kurz die erste. Also, eins und dann zwei. Eins und dann zwei. Ist ein bisschen schlecht bei schwarz zu sehen. Aber wie gesagt, die Häkelschule ist da. Oder bei den Windlichtern mal reingucken. Da wird das ganz einfach erklärt. Und es ist eine helle Wolle, das sieht man es besser. Aber unsere Fledermaus ist schwarz. Und dann müssen wir hier auch mit schwarz häkeln. Wie gesagt, wir machen jetzt da unseren Kreis fertig mit vier Mal eine feste Masche und dann nehmen wir zwei zu. So, der Kreis wäre jetzt erst einmal geschafft. Und jetzt gehen wir über und machen das erste Ohr. Das geht jetzt alles in einer Runde. Wir nehmen zwei Luftmaschen. Dann machen wir in die nächste eine feste Masche. Eine feste. Dann machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Dann machen wir in die nächste ein Stäbchen. Wie gesagt, wenn sich da noch unsicher ist, ich habe die Häkelschule, dann schau doch da bitte noch mal rein. So, in die nächste feste machen wir zwei Stäbchen. Eins, zwei. Darauf fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In die nächste zwei Stäbchen. Eins, zwei. Dann ein Stäbchen. Und eine feste Masche. So, dann machen wir noch zwei feste, die weitergehen. Eins, zwei. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Dann machen wir ein Stäbchen in die darauffolgende. Dann machen wir zwei Stäbchen in die gleiche feste Masche. Zwei Stäbchen. So, jetzt auf fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In die weiterführende feste Masche. Nächste wieder zwei Stäbchen. Eins, zwei. Dann ein Stäbchen in die nächste. Und ein Stäbchen noch. Nein, da war eine feste Verzeihung. Wir hatten das Stäbchen ja schon. Und wir haben die Ohren. Die werden dann noch ein bisschen zusammengezogen beim Umhäkeln. So, jetzt dürfen wir zwölf feste Maschen machen. Eins, zwei, drei. Bei der vierten festen Masche waren wir. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, jetzt müssen zwei feste Maschen in die eine. Eins, zwei. So, nun zwei Stäbchen. Eins, zwei. Es gibt der untere Brauch. Ein Stäbchen, eins, noch eins. So, jetzt machen wir ein Doppelstäbchen. Also, in die nächste Masche. Durch die erste ziehen, durch die zwei ziehen, durch die ziehen. Wir drehen es und machen da hinauf, auf das Doppelstäbchen noch ein Stäbchen. Ein Umschlag, hinein, Stäbchen. So, dass wir so eine richtig schöne Spitze gehen. Wir drehen es und machen wieder ein Doppelstäbchen in die nächste Feste. Also, wir gehen in die Feste nach unten, machen durch den ersten Aufschlag unseren Faden durch, dann durch die nächsten zwei und durch die letzten zwei. Dass wir so eine richtig schöne Spitze haben. So, dann brauchen wir die nächste ein Stäbchen. Dann noch ein Stäbchen. Nicht richtig erwischt. Ein Stäbchen noch. So, in die nächste Feste. Masche zwei Stäbchen in eine. Eins, zwei. Und dann eine Feste. So, und das wäre jetzt so. Wir haben die Ohren gemacht und die Spitze nach unten. Und jetzt häkeln wir 13 Maschen nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, drei, zehn, und ziehen es mit einer Schlaufe fest. Also, wir machen jetzt keine feste Masche, sondern wir ziehen uns nur die Schlaufe raus und ziehen es dadurch. Und das ist jetzt erstmal der Körper unserer Fledermaus. Und darauf folgen jetzt die Flügel. So, nun beginnen wir den Flügel. Wir machen eine Luftmasche. Drehen. Und häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und in die neunte zwei. Eins, zwei. Wir machen eine Luftmasche und drehen. Dann häkeln wir wieder bis ganz hinauf. Und machen in die letzte feste Masche zwei feste Maschen. Eins, zwei. Danach zwei Luftmaschen. Und wir müssen hier oben wieder zwei feste Maschen reinmachen, weil es muss sehr spitz zulaufen für den Flügel. Dann häkeln wir nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hier nehmen wir nicht zu. Wir nehmen eine Luftmasche und drehen wieder. Wir häkeln wieder nach oben. Wir stechen nicht in die erste ein, sondern in die zweite. Und häkeln nach oben. Und machen wieder in die letzte Masche zwei hinein. So, dann haben wir gleich deutlich die Zunahme zu einer Spitze. Eins, zwei. Wir machen wieder zwei Luftmaschen. Drehen, drehen es, häkeln die erste schon hinein. Und gehen bis nach unten. So, dann seht ihr schon ganz deutlich, wie wir die Spitze des Flügels ausarbeiten. Und unten so einen leichten Bogen bekommen. So, wir häkeln nur bis zur vorletzten. Ziehen, ziehen es gut fest, drehen es und häkeln ohne die Luftmasche nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, dann drehen wir es. Wir machen bitte keine Luftmasche und häkeln nach unten. Die Spitze arbeiten wir dann noch ein bisschen mehr aus mit dem Frangelgarn. So, jetzt müssen wir unten wieder den Bogen schließen und machen in der letzten unten zwei hinein. Eins, zwei. Wir drehen es mit einer Luftmasche. Und machen in die erste eins, gleich bei den Luftmaschen und in der zweiten. Dann häkeln wir nach oben. Und häkeln die letzte nicht mit, weil wir ja jetzt oben die Spitze wieder abnehmen müssen. So, die lassen wir frei. Wir drehen es, machen keine Luftmasche, weil es eine richtig schöne Spitze gibt. Und häkeln nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und machen da hinein zwei Stück. Eins, zwei. Ihr seht, wir haben die Spitze schon. Und dann machen wir eine Luftmasche. Und stechen in die zweite ein. Und häkeln nach oben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei sieben halten wir an. Drehen es. Machen eine Luftmasche, zwei Luftmaschen. Und stechen die unten mit zwei Maschen. Eins, zwei. Dann häkeln wir wieder nach unten. Drei, vier, fünf, sechs. In die letzte nicht. Wer drehen es, machen keine Luftmasche. Und häkeln nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Jetzt machen wir nochmal zwei. Eins, zwei. Zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Die erste wird nicht regelt. Wir stechen in die zweite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir drehen es. Eine Luftmasche. In die zweite. Eins. Jetzt machen wir ein Stäbchen. Eins. Noch eins. Zwei. Wir machen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Wir machen ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen. Wir machen eine feste. Und wir machen eine Öse. Das heißt, wir stechen ein und ziehen es durch. Und unser Fledermausflügel der einen Seite ist fertig. Wir schneiden großzügig ab und ziehen es durch. Und jetzt müssen wir den anderen Flügel anfangen. Aber achtet bitte darauf, dass ihr beim Ohr anfangt. Seitengleich wie dieser beim Ohr angefangen. Und das machen wir jetzt erst einmal. Wir haben nun die Flügel fertig gehäkelt. Und umhäkeln jetzt mit dem Fransengarn. Das gibt ein ganz toller Effekt. Wir fangen an beim unteren Körper. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie einfach es ist, eine Wolle anzuhäkeln. Wir gehen mit der Häkelnadel durch die feste Masche. Nehmen unser Garn in der Schlaufe. Ziehen es durch. Und häkeln beide Fäden zu einer Luftmasche. Dann lassen wir einen Faden hängen. Den halten wir fest. Und fangen an, mit festen Maschen zu umhäkeln. Beim Umhäkeln ist es ganz, ganz wichtig, dass man sehr locker häkelt. Weil das Garn wesentlich dünner ist, als unsere schwarze Wolle, die wir vorab hatten. Und dann, wenn wir an die Ecken kommen, in die feste Masche, die die Ecke bedeutet, drei feste Maschen reinmachen. Gleich ist es soweit. Weil wir brauchen ja das Spiel, dass die Fransenwolle sich schön um die Ecke anschließt. So, jetzt haben wir hier eine Spitze, eine Ecke. Und dann machen wir drei rein. Eins, zwei, drei. Und gehen in die nächste. Und dann sehen unsere Ränder auch ganz ordentlich aus. So, hier wieder drei. Eins, zwei, drei. Dann kommen wir gleich zur vorderen Spitze vom Flügel, wo wir die Luftmaschen gemacht haben. So, da sind unsere Luftmaschen. Und dann können wir einhäkeln. Und können hier ruhig auch noch mal eins, zwei, drei Luftmaschen haben. Dann gehen wir mit einer festen hinein. Und wem das Loch nicht gefällt, der kann sich jetzt einfach zuhäkeln. Wir nehmen vom einem Stäbchen ein Fädchen, vom anderen und machen eine feste drauf. Dann wäre das zu. Und dann häkeln wir weiter, alles rundherum. Es ist halt wichtig, dass ihr bei den Ohren auch nochmal drei Luftmaschen reinmacht. In das Mittelteil der drei festen. Hier haben wir wieder eine Spitze. Jetzt machen wir eins, zwei, drei. Und gehen um die Ecke nach unten. So, Moment. So, jetzt sind wir unten. Da können wir ruhig auch zwei, drei reinmachen. Das ist euch überlassen. Weil die Fransenwolle kaschiert ja unwahrscheinlich Ecken und Kanten. Und das sieht dann wirklich ganz ordentlich aus. Auch wenn wir es nicht so hinbekommen haben mit dem Abnehmen. Jetzt haben wir hier wieder die Spitze vom Flügel. Drei feste Maschen hinein. Jetzt sägeln wir wieder weiter nach unten. So, und dann zeige ich euch noch ein Ohr. Und jetzt kommt unser Ohr. Und nach oben. So, dann haben wir unser Ohr. Da gehen wir mit einer festen hinein. Und hier müssen wir zuhäkeln. Wir gehen ins obere Stäbchen mit einem Faden. Und ins zweite Stäbchen mit einem Faden. Ziehen uns eine Öse raus. Und machen eine feste Masche. Dann gehen wir zurück in die Öse, in die Spitze vom Ohr. Machen eine feste. Noch eine feste. Machen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Kommen zurück in die Öse vom Ohr. Machen eins, zwei feste. Und kommen dann ins Köpfchen. Und das nächste Ohr machen wir genauso. Zeig es gerade mal. So, wir haben schon ganz ordentlich den tollen Flügel umhäkelt. Ein Ohr. Wir machen es fertig. Seidengleich. Und dann würden wir die Augen aufnähen. Ich habe hier Strass. Augen in Pink. Knallrot ist auch toll. Wer keine Strassaugen hat, kann vielleicht rote Knöpfchen nähen. Oder rote Perlen. Oder es geht auch mal ein roter Kreis aus Papier. Wenn wir sonst nicht da ganz toll kommen, kommt dann auch Hologrammfolie in Rot. Hier glitzert es sehr, sehr schön. Das nähen wir an. Wenn eure Steine keine Ösen haben zum Annähen, einfach festkleben mit Heißkleber. Das hält auch bombig. So. Dann zeige ich euch noch, wie wir die Fledermaus zum Fliegen bringen. Und zwar habe ich auf der Rückseite Draht eingearbeitet. Das ist einfach so ein ganz normaler, umwickelter Häkeltraht. Die erste. Also wir legen uns den Draht auf, auf die Fledermaus und schneiden ein bisschen Größe ab. Dann macht man eine kleine Öse am Anfang. Dann nehmen wir unsere Fledermaus. Wir brauchen zwei davon. Und fädeln es in der Wolle auf, sodass es auf der richtigen Seite, auf der rechten Seite mit den Augen nicht durchkommt. Das muss man nicht sehen. So. Und fädeln das hier auf. In die Wolle rein und raus. Ziehen das durch. Wer sagt, das gefällt mir nicht so mit dem Grün, der kann dann einfach einen schwarzen Edding nehmen und sich den Draht ein bisschen anmalen. Das sieht man dann auch nicht. Und das fädeln wir auf, bis zum Flügelrand. Also hoch runter, durchgezogen. Ihr könnt auch die Abstände wesentlich geringer machen. Aber soll jetzt ein bisschen schneller gehen, dass ihr seht, wie es funktioniert. So. Der Draht ist durch. Wir drehen uns hier wieder eine Öse, damit der nicht durchrutscht. So. Jetzt haben wir die Fledermaus versteift und können die Flügel biegen, wie wir sie brauchen. So. Und dann könnten wir hier hinten noch ein Draht anbringen, damit unsere Fledermaus liegt. Ihr könnt das natürlich auch nur mit einem transparenten Faden machen. Ich mache das ganz gerne mit Draht, weil dann kann man sie schön biegen. Also in D2 und verdrehen. So. Dann rüber. Auch wieder in beides, sonst kippt die. Und mit einer großen Öse verdrehen. So. Dann zieht man sie ein bisschen hoch. So. Und dann kann man sich die Fledermaus fliegen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von meiner Fledermaus. Und ich würde euch dann auch noch zeigen, wie die tollen Windlichter gehen mit dem kleinen Geist. Und das in einem anderen Video. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch. Tschüss. Ich grüße euch. Untertitelung des ZDF, 2020